Hi, ich bin der Martl und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Review hier auf Penread Music und heute geht es um das Debütalbum von Normani Dopamine. Normani, das Debütalbum ist da, es hat ewig lang gedauert. Es ist ein mittleres Wunder, dass dieses Album tatsächlich mal erschienen ist. Sechs lange Jahre hat sie es angekündigt, jetzt ist es da. Wer Normani nicht kennt, sie ist berühmt geworden als Mitglied der Girl Group Fifth Harmony, wo auch Kamiya Kabeo Teil war. Und die haben sich im März 2018 schon aufgelöst und nur wenige Monate später hat Normani schon verkündet, sie hat schon einen Albumtitel für ihr eigenes Solo-Projekt. Das ist relativ schnell gegangen, da sind dann auch relativ rasch dann auch Singles herausgekommen. Allen voran der absolute Banger, würde ich fast schon sagen, Motivation, der im Jahr 2019 ein bisschen so einen Sommerhit dargestellt hat. Und das war gleichzeitig auch als Lead-Single für dieses Album gedacht, für dieses Debütalbum gedacht, das aber nicht und nicht kam. Normani kümmerte sich nämlich in den vergangenen Jahren um ihre beide an krebserkrankten Eltern, also wirklich brutale Sache, und hat dementsprechend die Musik ins zweite Glied gestellt. Sie wollte nichts veröffentlichen, was sie nicht vollkommen spürt, was sich nicht auch richtig anfühlt, was nicht zu ihr passt. Dementsprechend hat es auch Motivation jetzt nicht auf dieses Album geschafft, diese Startschuss-Single in eben ihre Solo-Karriere. Dafür aber hat sie sich prinzipiell nicht ganz aus dem Musikgeschäft zurückgezogen. Sie hat zwischen 2018 und 2022 satte acht Singles auf den Markt gebracht, unter anderem Features mit Khalid, mit Megan Thee Stallion, mit Sam Smith oder auch mit Cardi B. Cardi B, dieser Song ist drauf auf diesem Album, Wild Side, der gibt auch den Closer und hat ein Aliyah-Sample mit im Gepäck und wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig explizite Lines, ist einfach nur ein echter R&B-Rap-Banger. Die insgesamt 13 Songs des neuen Albums, die sehen sich einmal mehr der klassischen R&B-Herausforderung ausgesetzt. Das bedeutet, sexy und verruchte Texte auf anziehende Beats zu bringen, ohne den Hörer, die Hörerin in einen sozusagen Berieselungszustand reinzubringen. Das soll man alles sexy präsentieren, aber es soll nicht so langweilig sein, dass man eben bevor man diesen Akt auch vollzieht, dann einschläft. Normani scheint sich dieser Aufgabe auch sehr bewusst zu sein, spielt aber dennoch gerne die ganz klassischen R&B-Karten aus, finde ich, und verschreibt sich hauptsächlich dem nicht allzu aufregenden Tempo, also das ist schon so Mitteltempo mehr oder weniger, lieber eher auf die Bremse treten, als wirklich mit Caracho ins Bett zu hüpfen. Aber sie vergisst selten auf die richtige Atmosphäre, muss ich sagen. Atmosphärisch immer sehr schön, Insomnia, ein Track, den kann man als ganz wunderbar an R&B-Banger bezeichnen, liegt hauptsächlich an der starken vokalen Vorstellung von Normani und dem sehr einfachen, aber treffenden Chorus. So verhält es sich dann auch mit dem Song Take My Time, einem deutlich aufgeweckteren Track des ganzen Albums. Da kann man sich recht leicht fallen lassen, finde ich, während Normani's Aufforderung zum Tanzen, egal in welcher Form, das ist jetzt nicht explizit ihre Lines oder ihr Text, diese Songs, aber trotzdem, glaube ich, will sie tanzen, auch recht leicht zum Nachkommen ist. Also Sex ist natürlich ganz ein großes Thema dieses Albums. Neben Wild Side kann man hier vor allem die Songs All Yours und Lights On als sozusagen Geschlechtsverkehrs-Pops ausmachen. Ersterer, also dieser All Yours, der fällt mit einer ziemlich eingängigen Hook aus, man hört ein klein wenig so Sissa-Intonationen heraus und Normani kann die Spannung durch ganz feines, dynamisches Spiel samt kleiner Rap-Strophen auch sehr hoch halten. Auf Lights On, da fällt vor allem diese Interpolation von Kendrick Lamar's Element ziemlich stark auf, also das geht auch sehr rasch ins Ohr, sonst bleibt sie hier wirklich auf der sehr langsamen Seite, als direkt zur Sache zu kommen. Auch Ausflüge in Strip-Clubs gibt es auf diesem Album, da gibt es den Song Still, also das ist auch so was, was einfach immer ganz okay ist, ist nicht übel, allerdings vielleicht ein bisschen zu repetitiv insgesamt gewesen. Kann man aber auch über den Song Candy Paint sagen, auch wenn beide Tracks sicherlich ihre Stärken haben, also mehr Stärken als Schwächen haben, ist da jetzt nicht so viel dabei, aber man muss generell sagen, oder man hört es hier sehr schnell, Normani ist einfach eine extrem talentierte Frau, eine extrem talentierte Sängerin. Auch Gastbeiträge gibt es auf Dopamin zu hören, da war ja zunächst Gunner auf dem Song 159, der schaut vorbei und macht seine Sache überraschend gut, überraschend okay, für mich immer noch. Das heißt auch was, Normani und er harmonieren auf diesem sehr langsamen Instrumental ganz gut, muss ich sagen, das ist jetzt nicht Usher und Alicia Keys gut, aber es ist auf jeden Fall, oder erinnert schon sehr stark an diese 2000er R&B-Vibes. James Blake, den hätte man vielleicht nicht unbedingt auf so einem Album erwartet, aber er ist tatsächlich dabei, er ist auf dem Song 10 Trams vertreten, natürlich auch einer der besten des Albums gleich einmal. Nicht nur aufgrund dieses wirklich extremen, starken, harten Abrechnungstextes von Normani, also mit dieser Ex-Affäre, die sie ja hat, sondern auch aufgrund von James Blake, natürlich von seiner Passage, der eben diesen anderen Part einnimmt. Einziger Song, Grip, funktioniert nicht sonderlich überzeugend für mich, diese Thicky, Sticky, Litty, Gimme, Schemen, Reimschemen, die sind eher unangenehm als wirklich sexy und anziehend, muss ich sagen. Aber insgesamt ein vollkommen solides Debütalbum von Normani gewesen, wo selten ihre ganz großen stimmlichen Ranges so richtig dargestellt werden, sie zeigt sie nicht, sie muss sie nicht zeigen, sie will eben mehr diesem, sagen wir mal, Bettgeschehen da ein bisschen mehr Platz einnehmen und das ist eben ihre Art und Weise, das ein bisschen, ja, so ruhiger und verruchter zu machen. Ich hoffe aber insgesamt, dass es nicht wieder sechs Jahre lang dauert, bis ein Nachfolger kommt. Ich finde, auf diesem Album kann man schon sehr gut aufbauen, deswegen kann ich diesem Album auch 7,2 von 10 Punkten geben. Das war die coolste Review zum neuen Album von Normani, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, bitte liked es, abonnierst den Kanal, schreibt es in die Kommentare, wie es euch damit so geht und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Review hier auf Penread Music. Bis dann wünsche ich euch alles Gute und ciao.